Land auf dem Zug, 5 Sterne. Wir werden überall gesucht. Wenn wir das nicht schaffen, haben wir verloren. Heute versuchen wir mal von der Polizeizone zu umkommen, aber wir haben drei Regeln. Wir müssen mindestens einmal 5 Sterne haben, wir dürfen uns auch nicht verstecken und wir müssen immer in Bewegung bleiben. Wir gehen mal raus. Wir haben jetzt gerade noch 0 Sterne. Das wird sich gleich ändern. Sind hier irgendwo Fußgänger, die ich überfahren kann? Da! Kommt mal her! Junge, die Armen. Wir haben einfach immer noch keinen Stern. Klar, ihr Auto. Raus mit dir. Kommt her! Was ist denn hier los? Wir können in den Touristenbus einsteigen. Und jetzt? Kann ich sie töten? Ich verlasse einfach. Ich will euch nie wieder sehen. Sie fahren weg. Wir haben einen Stern. Jetzt geht der Spaß richtig los. Oh, da sind sie schon direkt. Steig ein. Oh Gott, sie kommen ganz schnell weg hier. Wir haben zwei Sterne jetzt bekommen. Er schießt die Cops. Weg mit euch. Jetzt haben wir drei Sterne. Fahr hier runter. Wir brauchen fünf Sterne. Wir müssen noch immer Cops töten. Wie viel halten die aus? Unser Auto sieht nicht mehr so gut aus. Ich glaube, wir müssen mal wieder bald wechseln. Ach komm, geht doch mal weg, Alter. Wir haben vier Sterne. Jetzt wird es langsam ernst. Wir brauchen noch einen Stern. Wieso bin ich rausgeflogen? Was machen wir jetzt? Das ist nicht geplant. Wir haben ein richtig schlimmes Problem. Wir haben vier Sterne und sind in keinem Auto drin. Oh nein, da sind sie. Tönte sie, tönte sie. Weg hier, weg hier, weg hier. Zurück. Ich bin so low. Ich bin so low. Nein, 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 nein. Oh, schade. Der erste Versuch war es nicht so gut. Hier sind ziemlich viele Leute. Ich glaube, die wollen sterben. Stürbt alle. Oh, wie sie wegrennen. Ich habe einfach alle getötet. Wir brauchen ein gutes Auto. Hier ist eins. Perfekt. Steigt mal aus, Lady. Dankeschön. Er schießt die Cops. Es geht wieder langsam los. Die Cops sind am wichtigsten. Die bringen uns am schnellsten fünf Sterne. Wo kommen die alle her? Unser Auto geht es eigentlich noch relativ gut. Wir müssen irgendwie in Heli loswerden. Aber wie? Ich habe noch keine richtige Strategie entwickelt. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Die Swat ist hinter mir her. Schalte sie aus. Ich bin ziemlich low. Mein Auto schwankt. Nicht gut. Ich muss sie abhängen. Wo bin ich? Ich bin am A** oder ich muss aussteigen. Renn, renn, renn. Was mache ich jetzt? Nein, ich bin gestorben. Ach man. Ich habe jetzt eine Strategie. Wir fahren in eine Fußgängerzone. Hier ist die. Weg mit euch. Renn von mir weg. Die denken, die hätten eine Chance. Oh, ein geiles Auto. Klau das mal. Da ist ein Cop. Überfahr ihn. Hallöchen. Oh, Junge. Gutes Auto. Drei Sterne. So gefällt mir das. Fahr mal auf den Berg hoch. Sie suchen mich. Das ist nicht gut. Wir brauchen fünf Sterne. Da ist ein Heli. Der findet uns, oder? Heli, ich bin hier. Okay, er hat mich gefunden. Was? Ach komm. Ich habe eine dumme Idee. Das sieht doch schön aus. Ich glaube, der wird uns helfen. Da ist er. Ist er nicht schön, Leute? Steig ein. Ich habe eine Strategie. Wir schießen so oft drum, bis wir fünf Sterne haben. Und dann versuchen wir zu kommen mit einem anderen Fahrzeug. Wo ist unser erstes Opfer? Ah, hier. Schieß ihn ab. Der Arme. Raus hier. Dann lasst uns für ein bisschen Chaos sorgen. Weg mit euch. Leute, falls ihr Panzer habt, nicht nachmachen. Ach, da ist ein Bus. Spreng ihn weg. Ich habe gerade so acht Leute getötet. Auf einem Schlag. Drei Sterne. Es geht los. Jedes Fahrzeug, das uns in den Weg kommt. Explodiert. Wir sind unaufhaltbar. Gleich haben wir es. Es war noch nie so einfach. Die können nichts machen. Auch wie sie es versuchen, Alter. Wieso sind wir explodiert? Hä? Ich glaube, wir haben zu viel rumgeschossen. Wir müssen vorsichtiger sein. Nee, Spaß. Wir machen es genauso wie letztes Mal. Oh. Big Explosion. Zwei Sterne wieder. Was? Wir sind einfach geflogen. Ich hinterfrag es gar nicht. Wo sind die Cops? Ich sehe keine. Ah, da hinten. Haben wir ihn? Nee. Jetzt aber. Oh, ne Helis. Weg mit euch. Hier sind so viele Cops. Ich muss weg hier. Nein, geht doch weg einfach. Jawohl. Wir haben fünf Sterne erreicht. Was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen irgendwie entkommen. Wenn ich aussteige, töten sie mich direkt. Ich glaube, außerhalb der Stadt ist es sicherer. Lass auf die Autobahn. Da sind genug Autos. Ich kriege die nicht mal los. Nur mit einem schnelleren Fahrzeug. Hier sind keine guten Autos unterwegs. Nein. Ach komm. Wir sind wieder da. Ich habe den ultimativen Plan. Unser Auto befindet sich hier. Wir sind gerade dort. Das heißt, auf dem Weg zu unserem Auto machen wir fünf Sterne, steigen ins Auto rein, fahren dorthin, klauen ein Flugzeug und fliegen weg. Wenn das funktioniert, schaffen wir das? In zwei Kilometer fünf Sterne zu bekommen? Das ist ziemlich viel, glaube ich. Sprennen die Menschen weg. Zwei Sterne. Wir sind ein Kilometer entfernt. So langsam müssen wir uns echt beeilen. Das Massaker geht los. Vier Sterne schon. Noch 600 Meter entfernt. 400 Meter, aber immer noch vier Sterne. Unser Plan geht nicht auf. Ich muss improvisieren. Wir haben es geschafft. Jetzt zum Auto. Wo ist es hin? Willst du mich verarschen? Was soll das denn jetzt? Dann müssen wir es anders regeln. Such ein Auto. Jetzt satt. Spreng die alle weg. Dann gehen wir all in. Steig aus. Steig aus. Steig aus. Schnell, 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 schnell. Hier rein, hier rein, hier rein. Beeil dich. Sie sind da. Los, 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 los. Weg hier. Es klappt. Zwar nicht wie nach Plan, aber das ist egal. Jetzt raus aus der Stadt. Zum Flughafen. Die Frage ist, ob wir es bis dahin lebendig schaffen. Okay, wir sind auf der Autobahn. Oh nee, noch vier Kilometer. Komm, fahrt doch mal. Macht mal hin. Es sieht aber gut aus. Unser Auto ist noch heile. Lass Offroad fahren. Weg von der Straße. Wir müssen halt nur noch entkommen. Das ist aber leichter gesagt, als getan. Wait, die suchen uns gerade. Wir müssen sie outplayen. Einfach geradeaus. Nein. Wer hat uns gesehen? Was mache ich? Ich bin dumm. Ich fahr gerade direkt ins Gefängnis rein. Och nee. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Zum Glück sind wir nicht drin gelandet. Sonst ist es noch schlimmer gewesen. Unser Auto ist echt nicht mehr gut. Der Kofferraum ist kaputt. Die Motorhaube ist kaputt. Alles ist kaputt. Aber wir sind gleich da. Nur noch ein Kilometer. Der Plan muss aufgehen. Wir sind so weit gekommen. Ist hier irgendwo ein Flugzeug? Nee, ich sehe gar nichts. Doch da. Wir müssen umkehren. Unser Auto ist gleich kaputt. Du musst nur noch dahin fahren. Dann hast du es geschafft. Steig aus. Einsteigen. Hallo. Was macht der? Der ist so dumm. Ich hasse ihn. Töte sie alle. Wir müssen uns Rückendeckung geben. Versteck dich. Nein, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Wir müssen weg hier. Nein. Wieso steigst du nicht in das Flugzeug ein? Ich fahr mal zum Flughafen. Ich will es mir mal anschauen. Du kannst sie gar nicht fahren. Vielleicht kaputt schießen? Nee, der will nicht. Wait. Der Typ kann nicht fliegen. Okay, wir versuchen es noch einmal. Nee, geht auch nicht. Der ist ein Helikopter. Den kann man auch fliegen, oder? Oh ja. Den merken wir uns. Und wir haben wieder keine Sterne. Gleich aber nicht mehr. Traub sie aus. Und ich töte dich. Es tut mir leid. Oh Gott, die sind schon direkt da. Weg mit euch. Nimm das Auto von denen. Wir machen umgekehrte Psychologie. Nicht die jagen uns, sondern wir jagen sie. Kommt her. Okay, vier Sterne. Das ging schnell. Die rennen einzeln auf mich. Das ist deren Schwachstelle. Die Swat ist da. Jetzt wird es ernst. So langsam wird es überfordernd. Ich baue jetzt unbedingt die fünf Sterne. Und zwar schnell. Wie viele muss ich noch umbringen, Mann? Jetzt sagt ja. Fünf Sterne. Geht zum Helikopter. Beeilung. Hier ist der Heli. Steig ein, schnell. Sie kommen. Komm, 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 komm. Heli Battle. Kommt her. Unser Heli raucht. Wir stürzen gleich ab. Ich will nicht sterben. Systemausfall. Wir müssen uns das einfallen lassen. Aber was machen wir? Denk nach. Der Zug. Das ist es. Das ist Bandgleis. Aber leider kein Zug. Sie sind direkt hinter mir. Nein. 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 Komm. Bitte nicht. Wir müssen aussteigen. Wir müssen aussteigen. Wir werden verloren, oder? Wir müssen auf den Zug warten. Da ist er. Wenn wir das schaffen. Lande auf den Zug. Fünf Sterne. Wir werden überall gesucht. Wenn wir das nicht schaffen, haben wir verloren. Komm, 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 komm. Lande. Nein. Och, ist der so geil gewesen. Dieser Run wird's. Ich fühl's. Oh, der Zug ist da. Sollen wir einsteigen? Wenn wir es schaffen, ist die Frage. Komm. Nee. Doch. Ganz knapp. Kann man die Vögel abschießen? What? Nein. Es tut mir so leid. Hab einen Kopf getötet. Wir haben drei Sterne. Wo fährt er nicht hin, der Zug? Wir haben vier Sterne. Was? Lol. Nein, sie suchen uns. Die dürfen uns nicht verlieren. Wir sind fast im Norden der ganzen Map. Ah, ein Heli. Sag mal tschüss. Er stürzt ab. Warm. Also, wenn das nicht ebrisch war, Leute, weiß ich auch nicht. Wir haben ja noch keine fünf Sterne. Endlich fünf Sterne. Was machen wir jetzt? Wir sind auf dem Zug. Ganz alleine. Ohne irgendwas. Sie suchen uns. Haben wir es geschafft? Oh nein, da kommt ein Heli. Ducken. Die dürfen uns nicht sehen. Nein. Seht ihr uns? Der hat es gefunden. Ach, komm. Ich hab eine ganz dumme Idee. Lass zurück zum Helikopter. Aber wir haben kein Auto. Wir müssen runter von diesem Zug. Die Frage ist nur, wann. Wir brauchen irgendwo ein Auto in der Nähe. Was machen die da? Die halten den Zug auf. Seid ihr dumm? Was wollt ihr? Ich kann ja nicht aussteigen. Hier ist kein einziges Fahrzeug. Ist hier ein Auto? Ja, da hinten. Aber die kriegen wir nicht. Zu weit weg. Ist hier ein Auto? Hast du eins? Nope. Nee? Okay. Hier ist irgendwie so eine Anlage. Sind hier Autos? Ja. Ich riskiere es, Leute. Ich steige aus. Weg hier, weg hier, weg hier. Kann man rübersteigen? Nein, kann man nicht. Willst du mich ver***chen? Sie suchen mich. Ich hab ein großes Problem. Als ob das nicht funktioniert. Wo ist hier der Eingang? Oh nein, da ist ein Heli. Der findet mich, oder? Hier runter. Ist hier ein Jetski oder so? Er hält sich. Endlich. Er ist direkt über uns. Was machst du? Kannst du bitte weggehen? Ey, komm, wer macht sowas? Warte mal. Der Heli. Töte sie, töte sie, töte sie. Nimm den Heli. Oh mein Gott. Warte mal. Niemals. Wir haben den Heli geklaut. Was? Oh mein Gott. Weg hier. Nein, nein, nein. Der stützt ab. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir fahren zu unserem Heli. Ich glaub an dich, Heli. Du musst es schaffen. Wir sind bald da. Ungefähr zwei Kilometer noch. Da ist er. Landet das Teil. Aussteigen, aussteigen, aussteigen. Schnell, 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 schnell. Es muss jetzt alles perfekt laufen. Rennen, rennen, rennen. Und einsteigen. Bitte beeil dich. Weg hier. Und er dampft schon wieder. Willst du mich verarschen? Wir müssen die Helis loswerden. Wir sind aber sauschnell. Das ist gut. Was machen wir jetzt? Ich hab keine Ahnung. Wir fliegen zum nächsten Flughafen in der Stadt. Bitte haltet es bis dahin aus. Wir holen uns ein Privatjet. Komm, bitte. Ihr wisst gar nicht, wie lange ich das schon versuche. Nein, nein. Nicht jetzt. Er hört auf. Nein, was machst du? Was machen wir? Wir sind am Arsch. Das ist ein Auto, das ist ein Auto. Nimm das, nimm das, nimm das. Opa, es tut mir leid. Wir brauchen das kurz mal. Der Heli ist kaputt. Ist abgeschmiert. Aber wir haben ein Auto. Und es funktioniert einwandfrei. Wo sind wir? Ich muss mich orientieren. Unser Auto ist kaputt. Wieso bist du unbewaffnet? Ich kann sie nicht töten. Fahrrückwärtsgang. Wir sind gleich da. Wir müssen nur noch geradeaus fahren. Fahr einfach nur geradeaus. Hier durch. Jawohl. Such ein Jet. Nein, hier ist keiner. Die sind schon wieder da. Nein, nein, nein. Ist hier irgendwo ein Jet auf dieser Kacklandebahn? Hier muss doch ein Jet sein, oder? Das kann doch nicht sein. Dort ist was. Das ist unsere letzte Chance, Leute. Nimm den einfach. Steig aus. Renn hin. Und steig ein. Was machst du? Warum brauchst du so lange? Wieso brauchst du so lange, Trevor? Beeil dich. Der ist ja so langsam. Das schaffen wir niemals mit dem, oder? Was ist das für ein Flugzeug? Oh nein, Gott. Fahr hoch. Jawohl. Geht aber nur weg hier. Der Heli ist hinter uns her. Wir brauchen irgendwie ein Manöver. Wir fahren aufs Meer raus. Entweder sterben wir oder wir schaffen es. Ey, dieser eine Heli. Ich sag's dir, ne? Nein, wir stürzen ab. Es ist so lächerlich. Was machen wir jetzt? Schwimm einfach weg. Wir sterben, oder? Wir sind ertrunken.